Du musst zum Gym gehen. 83 ist ja bodenlos. Picasso ist wieder da. Das ist gut. Das ist gut. Was für ein finales Rating bekommt dieses Jahr. Ich würde sagen, wir starten rein. Lasst dir immer einen Daumen nach oben da. Ist es ein spezielles Moment für dich, deine erste Karte im Spiel zu haben? Ja, meine erste Karte. Okay, wir beginnen. Wir prädiken deine Karte. Hier ist Pace, Schuss, Passung, Dribbling. Geile Frise auf jeden Fall. Geil, ne? An dem Tag. Ja, war diese ... 83 Pace. Ich hoffe, das ist gut. Ja, du bist ein schnelles Spieler. Das könnte möglich sein. 72, okay. Picasso ist wieder da. Schießen kann der Wolf auf jeden Fall nicht. Ich habe echt Roman gemacht, würde ich sagen. Also das ist eine Null, ne? Jetzt musst du noch sein Gesamtrating von der Karte. Ja. Dribbling könnte dein bester Stat sein, vielleicht? Ja, ich denke so. 80, 86. Oh, okay, okay. Ich denke. Defending. Ich würde sagen, 51. Okay. Das ist okay. Physikal, 56. Okay. Und was würdest du sagen? Dein totaler Rating? Ich würde sagen, 60. Ja, ich würde sagen, 60. Okay. Ich würde sagen, 60. Ja, ich würde sagen, 60. Okay. Ja, ich würde sagen, 60. Skill-Move. Skill-Move. 1-5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. Und die Weckfoot? 3. 3. Okay. So, das haben die Jungs sich gegenseitig prediktet. Jetzt könnt ihr mal sagen, was ihr davon hält. Tempo ist zu langsam. So heißt das halt. Ja, aber ich muss ja so denken, wie EA das jetzt machen würde. Weißt du, was ich meine? Ich würde dir auch mehr geben. Safe. Letzte hatte ich mehr. Was hast du? 85 oder so. Echt? Okay, dann. Vielleicht zu wenig. Was sagt ihr zu den Karten? Meinst du, das kann so eintreffen? Also, schießen ist schon realistisch. 70, ne? Weil, ist jetzt also... Ich hab einen großen Schuss. Du triffst vielleicht die Fans über dem Tor, aber... So passen... Zu wenig. Ja gut, passen haben wir ja gestern geklärt, ne? Du setzt mich ja immer an 10. Ja. Wenn der gut aussieht, bin ich da dran schuld. Das kann sogar hinkommen vielleicht. Ich find's gut. Ja, die Gase ist nicht schlecht. Ein bisschen mehr Tempo, oder würdest du dir auch eine 70 geben? Ja, aber die haben mich ja letztes Jahr auch schon so... Die haben mir 65 gegeben oder so. Okay. Ey, jetzt mal auf Ernst, das ist schon heftig. Das ist schon... Was würdest du dir denn persönlich geben? Also, das ist ja aufgeteilt eigentlich in Antritt. Antritt bin ich nicht so stark, muss ich sagen. Aber ich würd mir so auf Geschwindigkeit... Ich würd mir safe selbst 80 geben. Das finde ich dann auch passt. Okay. Dann würd ich mal sagen, lösen wir das Ganze auf, oder? Ja. Okay, dann lasst du deine Karte zeigen. Das ist deine Karte. Okay. 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 Und wenn du ein Dribbling hast... Es muss mehr sein. Ja, das ist okay. 75 ist okay. Aber ich würd sagen, 81 wäre besser. Ja, okay. Defendung 23? Was sagst du daran? Nein. Du musst zum Gym. Ja. Du musst zum Gym. Ja. Du musst zum Gym. 86. Ja, das geht. Das geht. Das geht. 81. Alter, wie stark. Guck mal, Tencho hast du so gut getroffen. Sie schießen auch fast. Das ist ja richtig knapp alles. Ja, ich würd grad sagen. Außer Physis, ne? Ja, Physis hab ich reingeschissen. Was sagst du zu der Karte? Bist du zufrieden? Ich bin so auf Geschwindigkeit. Das ist 81, sehr bodenlos. Jetzt guck, guck, guck. 62? Ja. Als wenn ich Mario bin, Digga. Defensiv war ich knapp da, ne? Ich glaub, defensiv hab ich mich verbessert in den letzten Jahren. Ja? Das macht mich stolz. Also sagst du 62 Tempo? Ja, Bruder. Wollen wir nicht drüber reden. Aber es ist nur ein Prank. Eine richtige Karte kommt jetzt. Das ist ein Prank. 62 Tempo hast du nicht. Nein, nein. Wegen letztem Jahr. Ja, Digga. Ja, ich hör. Ja, so. 71, komm. Jetzt, ja. Jetzt bin ich wieder da. Das ist 70. Mal eins daneben. Schießen 90, das hat 80. 84 passen, sogar mehr als auf der Karte. Dribbling 86. Ich hab das Gefühl, dass die fast so von den Werten, also jetzt bis auf Tempo identisch ist als letztes Jahr. Ja, sieht schon ziemlich ähnlich aus. 84er Gesamtratung ist aber nicht schlecht. Füße ist 70, Defending 51. Ja, ja gut, ne? Ja, also besser als 20 auf jeden Fall. Ja, also besser als 20 auf jeden Fall. Also, bist du glücklich mit der ersten Karte? Oder würdest du sagen? Ja. Ja? Ja. Vielleicht in den nächsten Jahren. Ja. Ich hoffe so. So Leute, das war's an der Stelle vom Video. Die Jungs haben ihre Karten predicted. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Hat Bock gemacht, die Jungs. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.